Fischer 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 Sie steckt dem Kapellmeister für jeden Tanz, den er für sie spielt, 50 Dollar zu. Und was, denkst du, steckt sie dem Enkel des Gouverneurs zu? Der Hang zum Praktischen liegt mir wohl ebenso im Blut, wie der Hang zum Sinnlichen. Ich weiß nicht, was Sie wollen. Dich, zum Ausgehen in Memphis. Als Begleiter zu diesen öden Gesellschaften. Dürfte ich vielleicht die Tränendiamant-Ohrringe tragen? Diese Ohrringe sind 10.000 Dollar wert. Und du bist so leichtsinnig. Das Ding sieht kompliziert aus. Es liegt mir nichts an den Menschen, aber manchmal liegt mir viel an einem Besonderen. Und war ich der, an dem dir viel gelegen hat? Einer von meinen Tränendiamanten ist abgegangen. Jimmy. Ich denke, ich weiß, was passiert ist. Er fiel irgendwie in deine Smoking-Tasche. Du denkst, ich habe ihn? Hier ist mein Jackett. Durchsuch beide Taschen. Ich sah etwas Hartes in dir und etwas Ehrliches. Aber dennoch bange ich um dich. Wieso denn um mich bangen? Weil du so unbedingt willst, dass dich ein Mann liebt, den du liebst. Und du weißt nicht, wie du das anstellen sollst. Starke Menschen mit Charakter, so wie du, Fischer Willow, scheren sich nicht um einen verlorenen Tränendiamanten. Fischer, du fröst wirst, dir ist bestimmt kalt. Die Menschen frösteln nicht immer nur, wenn ihnen kalt ist.